So liebe Fußballfreunde, willkommen zurück, euer Verbergen wieder am Mikrofon. Wir sind immer noch in der FIFA Online-WM mit Belgien unterwegs, mittlerweile im Viertelfinale angekommen. Ihr wundert euch natürlich, wie kann man schon wieder gegen Deutschland spielen. Aber das ist eben, wie gesagt, bei der FIFA Online-WM immer ganz unterschiedlich. Wir haben ja schon bereits Deutschland im Achtelfinale ausscheiden lassen, beziehungsweise rausgeworfen. Aber bekommen eben Deutschland und damit einen menschlichen Gegner natürlich auch wieder im Viertelfinale zu sehen. Also, spannendes Spiel. Vielleicht haben wir genauso viel Glück im Viertelfinale. Denn das Achtelfinale konnten wir ja 2 zu 1 für uns entscheiden, für Belgien. Und das Abenteuer-WM mit Belgien geht weiter. Also, mein Gegner hier, Tobi, inklusive Zahlenkombination, spielt mit Deutschland von links nach rechts in schwarz und rot. Und ich natürlich in ganz rot mit den bisher recht erfolgreichen Belgiern. Also, los geht's. Und ich habe für euch wieder ein paar schöne Spielszenen zusammengeschnitten, um zu zeigen, wie das hier ganz so vorwärts ging. So, da haben wir Courtois am Ball. Bringt den Ball erstmal weit nach vorne. Das ist De Bruyne. Und die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich warten. Toller Pass von Fellaini auf Kevin De Bruyne in der dritten Minute. Und da unten kann Benteke den Ball nicht gänzlich kontrollieren. Holt sich den aber zurück. Und die Chance ist immer noch da. Weiter Ball, aber kein Abnehmer. Und da haben wir wieder Fellaini. Wollte schon wieder zum Schuss ansetzen. Und dann kann mein Gegner sich endlich ein wenig befreien. Aber ich mache weiter Druck. Benteke am Ball. Benteke. Da haben wir immer noch Benteke. Der kommt nicht durch. Und damit gibt es jetzt die Kontermöglichkeit. Aber vergebens. Da haben wir Benteke im Ballbesitz. Gegen die Deutschen. Super Balleroberung. Und da unten ein schöner Pass in den Lauf von Witzel, der aber nicht gegen Neuer durchkommt. Und Manuel Neuer wird eine ganz, ganz entscheidende Rolle in diesem Spiel haben. Dann, da schauen wir mal drauf. Das ist die 43. Minute. 43. Minute, das ist, ja gut, Fehlpass von Courtois. Und da habe ich aber Glück, dass das Ding nicht drin ist. Riesenmöglichkeit für Deutschland. Abstoß für die Belgier. Weiter geht's. Müller schickt sofort hier Klose auf der rechten Seite. Kommt nicht durch. Aber jetzt hat er immer noch den Ballbesitz. Da kommt der Ball hoch. Befragungsaktion. Das ist Witzel. Warum bringt er den Ball nicht weg? Da oben hat er Platz. Da unten ist Kroos. Schuss. Und Vermahlin. Und da unten ist Kroos. Noch einmal. Hey, der Witzgabe. Den Ball hat er jetzt erzwungen. Das Tor hat er jetzt wirklich erzwungen. Setzt es rein. Kurz vor der Halbzeit. 1 zu 0 für Deutschland. Jogi Löw freut sich natürlich. Und die belgischen Fans sind aus dem Häuschen. So kann es nicht weitergehen. Hier sehen wir es nochmal. Ball abgewehrt. Und dann ja eine verunglückte Kopfballabwehr von Vermahlin. Und somit kann Kroos einfach einnetzen. Das müsste eigentlich auch der Abpfiff sein der ersten Halbzeit. So ist es. Und wir gehen rein in die Pause. Es blieb beim 1 zu 0. Und ich habe für euch noch ein paar schöne Szenen und spannende Szenen aus der zweiten Halbzeit. Ihr seht, vier Schüsse habe ich zwar abgegeben, aber keinen aufs Tor bekommen. So kann es nicht weitergehen. Eine Sturm- und Drangphase sollte ich aber noch bekommen. Und die will ich nicht lange auf sich warten lassen. Aber erst nochmal die Deutschen im Ballbesitz. Das ist Vertonghen, Vermahlin auf Witzel. Witzel bringt den Ball auf Dembele. Da unten ist Benteke. Macht das gut. Schickt da vorne. Hazard. Eden Hazard. Mann, der hat Dampf. Der hat richtig Dampf. Ist im 16er angekommen. Und das ist Neuer. Hält den Ball. Kroos will den Ball ablenken. Aber nochmal De Bruyne. Die Chance ist noch nicht vorbei. Kevin De Bruyne. Mal einfach ein Schuss. Aber ihr seht, Manuel Neuer auf dem Posten. Vielleicht nie versucht er den Ball hinterher zu gehen. Und ihr seht, mit allem Mann gehe ich jetzt hier ins Pressing. Will den Ball einfach für mich haben. Und versuchen nochmal ranzukommen. Der Ball landet im Aus. Gibt einen Wurf für mich. Das mache ich auch alles schnell. Lass da gar nicht lange rumalbern. Sondern direkt weiter. Wieder auf Benteke. Benteke. Schöner Pass. Auf Fehlaini. Schöner Pass. Super. De Bruyne. Alleine. Vor Manuel Neuer. Aber Neuer hält. Ai, ai, ai. Da musst du mehr draus machen, mein Bester. Nächste Möglichkeit. Das ist die Ecke dazu. Der Eckball kommt. Neuer verschätzt sich. Kommt eigentlich raus. Da haben wir Vertonghen. Legt den Ball nochmal rüber zu Witzel. Witzel umspielt da Müller. Schuss von Witzel. Aber wieder Manuel Neuer am Ball. Hält sicher. Und packt zu. Und hält Deutschland weiter hier im Spiel. Also das Mertesacker will den Ball nach vorne legen. Aber sofort wieder Balleroberung. Ich lasse nicht lange warten. Einfach nach vorne. Los nach vorne. Nach vorne. Fehlaini. Hat doch auch alle Zeit der Welt. Und wieder Manuel Neuer. Es heißt nicht Deutschland gegen Belgien. Sondern Manuel Neuer gegen Belgien. Denn ich versuche es wirklich aus allen Lagen. Die nächste Möglichkeit Benteke. Kommt da nicht an den Kopfball. Das ist Witzel. Witzel nochmal. Kommt nicht durch. Das ist Benteke. Schöner Hackentrick. Legt sich den Ball auf. Selber. Und bringt die Flanke. Da kommt sie. Und da unten ist Fehlaini. Aber er kommt nicht an den Ball. Pech. Aber nochmal. Alter bereit. Und da gibt es nochmal einen Schuss. Und wieder Manuel Neuer. Ihr seht es. Keine Chancen. Und oder keine Chance. Den Keeper zu überwinden. Er ist einfach einsame Spitze. Welttorhüter. Nicht ohne Grund. Hazard. Und da gibt es nochmal die Möglichkeit. Das ist die 90. Plus Nachspielzeit. Mertens. Dries. Mertens. Dringt im 16er ein. Kommt durch. Er kommt durch. Und da ist wieder Manuel Neuer. Hält auch noch in der Nachspielzeit. Wahnsinn. Abpfiff meine Liebe. Das war es. Abenteuer WM mit Belgien ist beendet. Leider, leider. Ich habe alles probiert. Alles probiert. Aber da ist mir der Ball unglücklich ins Netz gefallen. Und am Schluss habe ich es einfach nicht verstanden. Den Ausgleich zu erzielen. Oder vielleicht sogar die Führung. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Haut bitte in die Kommentare. Mit welcher Mannschaft wir als nächstes die Online-WM bestreiten. Und vielleicht endlich mal den Weltmeister-Titel im Online-Modus erringen. Ich wünsche euch was. Habt viel Spaß bei dem was ihr auch macht. Und ein schönes Wochenende. Und bis dahin. Euer Bergi. Ciao. Ciao.